Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute ist der 6. Dezember und wir dürfen endlich das sechste Päckchen von unserem Get Digital Adventskalender aufmachen. Das Päckchen habe ich hier. Es ist nicht ganz so groß wie das gestrige, aber fast gleich groß. Es hat eine seltsame Form. Wir haben als Aufkleber hier die Nummer 6 und zwar mit dem Handschuh von Thanos. Das ist der mit diesen Steinen drin. Anfühlen tut es sich als wäre eine Blüschfigur drin. Ich würde sagen wir machen auf und schauen nach was drin ist. So Freunde. Wir haben, schuldig bitte die Lautstärke, das ist etwas laut. In Päckchen Nummer 6 haben wir heute. Ja, das ist nochmal eingepackt. Das Genre habe ich schon gesehen. Oh, okay, wir haben keine Blüschfigur, aber wir haben zwei Figuren und zwar von The Incredibles. Die finde ich richtig cool. Die gefallen mir auch sehr gut. Es sind Plastikfiguren. Der Arm war etwas eingepackt. Den hatte ich jetzt schon etwas ausgepackt. Ich habe dann erst den Leck gemerkt und finde ich wirklich cool. Die Figuren werde ich auch definitiv behalten und das war es heute mit dem Päckchen Nummer 6 zum Nikolaustag. Äh, Quatsch, der ist erst morgen. Päckchen Nummer 5. Ne, Quatsch. Ich bin so durch. Durch den Weihnachtsmarkt. Päckchen Nummer 6, passend zum Nikolaustag. Ähm, politisch bitte. Ähm, ja, ich hoffe das Video hat euch Spaß gemacht. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Nikolaustag heute und wir sehen uns morgen zum siebten Päckchen. Die erste Woche ist damit um und, äh, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.